Guten Abend Braunschweig. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ach, die Comedian finde ich ja ganz klasse. Den kennen wir doch. Ah, stimmt. Den haben wir doch damals in Köln live gesehen. Ich muss ehrlich sein, heute ist ein Kacktag. Meine Ex, die wurde vom Bus überfahren. Und meinen Job als Busfahrer bin ich auch los. Hatten wir nicht vergessen, Thomas. Der ist gut, der ist echt genial, der Typ. Der ist genial.